ich bin jetzt bei sniper berg ist jetzt aus ich weiß das spiel ist ja gerade angefangen dass ich schon welche da sind der regel macht man das so dass man nach hinten geschickt das noch keiner zu sehen dass man sich nicht verrät durch diese ist keiner auf dem sniper werk dann nutzen wir die chance gehen hinten rum und zu teufel wird sehen wir werden hier gebraucht schießt keiner von hier oben ja gar kein sniper schuss nichts was nur tank darf ich auf den tank schießen brennt schon machen kaputt noch mal zu hoch jetzt rennt er daher rechts ist noch fahrzeug das kannst auch gleich kaputt war ein schluss hast noch was kaputt ja ist hier keiner hin will wünsche ich jetzt weiter aus neid bei jagd hoffen mal dass es keiner sieht werden sie wahrscheinlich dahinten richtung haus in den bergen kämpfen in den märkten wenn mich nicht alles täuscht schießt einer von ganz geradeaus vor uns rechts an der ecke hat das gehört den schuss wieder dann schießt dank der gruppe wir dürfen nicht sporten damit die gegner nicht sehen da wirst du ihn von hinten von hinten ran gehen und dann mit f mili attack abmurksen wo ist er das gehört das gehört schuss nee weil dann blöder char dazwischen gelabert hat wo zum teufel willst du hin da jetzt ja klar ist der licht hier oben wenn wir hier umgehen da wussten ist er halt da nicht bewegen nicht im stehen laufen da unten komm her jetzt geh über ihn und messer ihn mit f und jetzt wird er gedippt das ist sniper hunting so ein noob sniper die sich hinten irgendwo hinkommen er hat sich mega erschrocken bestimmt weil sich keiner sonst die mühe macht über die ganze map zu latsch das ist richtig geil genau so muss das jetzt der wird hier wieder hinkommen komm her rein bist du schon drin? ja hä? bist du sowieso sichtbar? nein ich seh dich bist du oben? so siehst du mich nicht? ne hä? bist du hier drin? bist du direkt vor mir? ich schieße es auch sichtbar warte guck mich mal an ja oh ich höre den typen rennen ich höre auch rennen das schreit an guck mal du stehst für mich du bist immer noch an dem platz wo du ihn umgebracht hast ne ich hab so ein chat gepackt bin ich ein hacker? tatsache ich steh bist du dich selbst? ja ich seh mich selbst ich steh direkt neben dir und ich seh dich geil dann bist du jetzt undichtbar bro das wär geil das ist so das ist ein bug wo ist der typ hier lang geraten da? dann werd ich wahrscheinlich gebannt ich werd's jetzt mal riskieren ne wir gehen mal runter komm hier ist noch ein sniper irgendwo das ist unser sniper du Ficker steckt er da ein sniper komm rein theoretisch kannst du ja da unten mal hingehen aber ich lauf jetzt mal zu A ich schau einfach mal was passiert ja ich werd jetzt auch nichts offensives tun also bislang komm ich ganz gut durch ich lauf jetzt rein in den bunker da sind leute sehen die dich? nein sie sehen mich nicht der bleibt mal da drin oh du bist tot ich geh mal raus ne bleib mal da drin ah ne er sieht mich sieht der ich? ja zwei davon wahrscheinlich ist meine unsichtbarkeit gestorben als du gestorben bist naja es kann sein kommst du wieder? ja siehst du mich jetzt? bist du drin? ja ich stehe vor dir ne ich stehe nicht du bist immer noch dahinter ich will nicht sterben ich möchte noch gucken ob mich irgendwer sieht zumal meine scheiss steuerbrauch umgekehrt da hängen ich bin tot im gange alter hier stimmt irgendwas gar nicht mehr das ist eine Tour auf englisch oder? dich 5 Uhr eigentlich kann man das schneller wenn man ein Fahrzeug hat Sniper jagen wenn man weiß wo die sitzen oder wenn man von einem getötet wurde so wo bist du denn? 3 4 4 4 5 5 5 6 6 5 6 6 6 7 7 10 8 10 10 11 Was schießen die denn? Was die snipen, ey Yep, obwohl ich mich bewegt habe, ey Penny, du hast mehr Kilt als ich Hm? Du hast mehr Kilt als ich Ich versuche da hinten auf dem Haus zu landen Nein Wenn du tot bist, kannst du bei mir spawnen, ich hab hier die ganzen Ich häng hinter den Snipern Dann verrückt Die Kilt als die Kilt sind Was schießt, hast du bei mir Was ist das? fuck fucker die facke die facke bist du tot ja ja ich wurde gerade in luft gejagt we have lost objective edward sartor ja wenn ihr warum bist du da und ich nehme ein gerät schlugzeug was ist mit g und 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 Eine Dreadnought ist unruhend. Wir müssen G sofort zurückerobern. Ich brauche hier einen Sanitäter! Mhm. Wir sind bei G in dem großen Geschütz und versteckt. Da ist er gar nicht. Ich komme, ich helfe die Tanks. Toll, A fällt schneller. Jo, der hat mich ganz schön in die Luft gejagt. Das habe ich gesehen. Ich dachte nicht, dass sie verschwendet für eine Person. Die Nerven bei G. F nehmen sie jetzt auch. Ja, wer geht zu F. Können wir uns mal. Schliess mal deine Flair hier rein. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Das ist klar. Ah, wir fahren mit dem Auto mit. Halt! Wo will der hin? Falsche Straße. Vollidiot. Menno. Menno. Und doofa. Grim Wolftiers. Oh, die bisher. Username. Da fand ich ja Mama. Ich gehe jetzt hier an das dicke Geschütze ändern. Oh! Hast du den Schuss gesehen? Nein. Ich habe da scheiß Flugzeug abgeschossen mit der dicken Wumme. Wow. Oh, ich bin gesniped. Du bist ja total geschützt, man. Liegen ist immer gleich tot. Bewegt dich, bewegt dich. Du bist abgesniped. Ich war, ich hatte gar der Ruhe noch. Oh, Stratenort hat mich in die Luft gejagt. Hast du nicht gehört, wie die Schüsse, die um die Ohren gepeitscht sind? Aber siehst du welche? Kann ich dir gleich sagen, da oben, da hinten. Ich glaube, der wurde abgeschossen. Ja, ich glaube auch. Oh, sein Ernst? Hat er nicht mal von irgendwas gekillt? Ich bin einfach nichts. Ich bin einfach zerstört worden. Zerstört das scheiß Dreadnought jetzt. Ich werde bei C spawnen und nach oben rechts in die Wälder rennen. Weil der Scheiß Dreadnought noch die ganze Zeit hier drauf, weil er doch nichts anderes ist. Das war der Sniper-Tank. Du bist tot, Junge. Daudelik. Daudelik. Jetzt hast du auf einmal 14 Kills. Was? Was ist denn nur los mit dir, du geistig Behinderter? Du weh, du stirbst. Oh! Als wenn! Der Scheiß-Tank kann gar nicht so genau schießen mit seiner Bumme. Ein Wichser, gib mir Scheiß-Bomber. Ich werde mich hier noch retten. Spotte den Tank mal mit Q. Spotte den Tank an und mach Q, 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 Q. Bei B. Bitte, rechts. Ja. Da. Hier. Da ist er weg. Ist er nicht kaputt, alter? Spotte weiter in den Tank. Den Scheiß-Sniper-Tank, ich werde ihn jetzt weg. Gesehen? Nein. Du guckst auch nie hin, wenn ich wollte. Doch, ich hab's gesehen. Ich meinte, hm. Mhm. Achso. Wie er explodiert ist, wie schön. Ist da noch ein Tank? Ist der Kleine da noch? Ja, da ist noch ein Kleiner. Panzer gesichtet! Da, bei dem. Ah, ich hab ihn leider gespottet. Ja. 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 Dann dreh dich um und guck auf F. Da kommen die nämlich alle hoch und spawn euch in den Rücken. Ja. 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 . Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020